Du willst alles über das besondere Klassenquest und die einzigartigen Verzauberungen der Zaubererklasse von Diablo 4 erfahren? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Stefan Fuchs, der Platin-Spieler und in diesem Video zeige ich dir die vollständige Klassenquest der Zauberer und erkläre dir das Verzauberungssystem mit den besonderen Klasseneigenschaften. Los geht's! Als Zauberer bekommst du auf Level 15 Zugriff auf deinen besonderen Klassenquest. Damit liegt der Zauberer direkt im Durchschnitt und muss nicht sonderlich lang auf seine Klassenboni warten. Wenn wir das mal mit den Geistersegen des Druiden oder dem Golem des Totenbeschwörers vergleichen, dann ist es definitiv ein Pluspunkt für die Zaubererklasse. Zusätzlich hast du auch noch den Vorteil, dass der Zauberer eine der, wenn nicht sogar die einfachste und kürzeste Klassenquest aller Klassen hat. Durch das Erreichen von Charakter Level 15 wird dir sofort auf der Karte der Standort deiner besonderen Klassenquest angezeigt. Dort angekommen erfährst du von einem anderen Magier, dass dieser nach einem seltenen Buch dem vergessenen Codex sucht. Wie es der Zufall so will, befindet sich dieses Buch direkt in dem Dungeon leicht östlich des Questgebers. Hier musst du innerhalb des Dungeons nach der weißen Markierung für besondere Quests Ausschau halten und schon wirst du den Codex sehr einfach finden. Achte hier aber darauf, dass es sich bei dem Dungeon um einen ganz normalen Dungeon handelt. Es kann also sein, dass direkt neben oder in unmittelbarer Nähe des Codex zusätzliche Events stattfinden. Hier kannst du natürlich den kompletten Dungeon durchspielen und eine Codex-Seite dafür freischalten. Das ist aber rein optional. Grundsätzlich würde ich dir aber schon empfehlen, einen halb durchgespielten Dungeon noch schnell fertig zu machen. Aber wenn du nur ganz schnell deine Klassenboni abholen willst, dann ist das natürlich auch problemlos möglich. Sobald du dem Zauberer das Buch gebracht hast, geht es noch kurz in einen alten, staubigen Keller direkt daneben und nachdem du ein paar Dämonen besiegt hast, sind die Verzauberungen auch schon freigeschalten. Hier muss ich aber leider ganz ehrlich sagen, dass mir persönlich der Klassenquest des Zauberers etwas zu billig war. Wenn man schnell ist, dann kann man den gesamten Klassenquest innerhalb von zwei Minuten abschließen und verbringt dabei die meiste Zeit in Dialogen und Animationen. Spieltechnisch ist das natürlich gar kein Vergleich zur Klassenquest des Druiden oder selbst zu der des Jägers. Und genau diese unkreative Vorgehensweise spiegelt sich leider auch in den Klassenboni in Form der Verzauberungen wieder. Mit Abschluss der Klassenquest schaltest du nämlich einen Verzauberungsplatz frei. Später bekommst du durch einfaches Level-Up dann auch noch den zweiten Platz zur Verfügung. Alles was diese Verzauberungen machen, ist deinen aktiven Fähigkeiten kleine passive Effekte zu verleihen. Hierbei hast du aber leider nicht einmal Zugriff auf alle existierenden Verzauberungen, sondern kannst nur die auswählen, die an die in deinem Bild freigeschalteten Fähigkeiten geknüpft sind. Das ist auch der Grund, warum du in manchen Zaubererbilds siehst, dass ein einziger Punkt in eine Fähigkeit investiert wird, obwohl sie gar nicht im Kampf eingesetzt wird. Du musst die Fähigkeit per Skillpunkt aktiviert haben, um ihre Verzauberungen nutzen zu können. Das Ganze führt dann natürlich zu suboptimalen Builds, wo nicht alle Skillpunkte wirklich harmonisch zusammenarbeiten, sondern manche einfach nur ausgegeben werden, um an einer anderen Stelle passive Eigenschaften zu bekommen. Das macht den Bild natürlich nicht unbedingt schlechter, fühlt sich aber trotzdem irgendwie ein bisschen seltsam und unschön an, wenn man einen Skillpunkt für etwas einsetzt, was man eigentlich gar nicht aktiv einsetzen möchte. Die Verzauberung fungiert dabei aber als eigenständige Fähigkeit und nicht als Erweiterung deiner aktiven Fähigkeit. Das klingt jetzt hier vielleicht nach Haarspalterei, hat aber extrem wichtige Auswirkungen auf das Zusammenspiel der Fähigkeiten. Insbesondere in unserer Community hat das schon bei einigen Spielern wirklich für heftige Verwirrung gesorgt. So kannst du zum Beispiel als Erweiterung deiner aktiven Fähigkeit Eissplitter die Eigenschaft großer Eissplitter freischalten, die dazu führt, dass jeder Gegner als gefroren betrachtet wird, solange du eine aktive Barriere hast. Dadurch fliegen die Eissplitter nach dem Treffen der Gegner zu anderen Gegnern in der Nähe weiter, auch wenn die nicht gefroren sind, wenn sie von den Eissplittern getroffen wurden. Die Verzauberung der Eissplitter führt jetzt dazu, dass vollautomatisch sich Eissplitter bilden und zu allen gefrorenen Gegnern hinfliegen und denen so Schaden zufügen. Hier könnte man jetzt annehmen, dass beide Fähigkeiten in Kombination machen, dass zu allen Gegnern Eissplitter hinfliegen, wenn man ein aktives Schild hat. Schließlich werden ja alle Gegner als gefroren betrachtet und zu gefrorenen Gegnern fliegen die Eissplitter hin. Beide Fähigkeiten heißen Eissplitter, nur dass die eine halt die aktive Fähigkeit und die andere die Verzauberung ist. Tatsächlich passiert hier aber überhaupt nichts, weil die zusätzlichen Boni der aktiven Fähigkeit eben nicht auf die passive Verzauberung angewendet werden. Bei der Wahl deiner Verzauberung darfst du also nicht um die Ecke denken, sondern musst genau das wortwörtlich nehmen, was da steht. Um die Verzauberung erstmal zu aktivieren, öffnest du dein Fähigkeitsmenü und gehst anschließend auf Fähigkeiten zuweisen. Hier wählst du einfach eine der freigeschaltenen Fähigkeiten aus und packst sie in einen Verzauberungsslot rein, anstatt in die Schnellleiste unten. Dadurch wird der passive Verzauberungseffekt angewendet. Hier haben leider nicht alle Fähigkeiten einen Verzauberungseffekt. So kannst du zum Beispiel keine zusätzlichen Boni durch deine ultimativen Fähigkeiten bekommen. Dafür gibt es wiederum andere Verzauberungen wie die der Frostnova, die gar nicht eigenständig funktionieren. Hier musst du nämlich Beschwörungsfähigkeiten einsetzen, um eine geringe Chance zu haben, zusätzlich eine gratis Frostnova auszulösen. Da man aber durchaus Frostnova im Kit haben kann, ohne eine einzige Beschwörungsfähigkeit erlernt zu haben, wäre die Verzauberung in diesem Fall also einfach ein verschwendeter Slot, der absolut nichts bewirkt. Eine weitere seltsame Wechselwirkung bzw. Nicht-Wechselwirkung gibt es mit der Verzauberung zu Blizzard. Hier sagt die Verzauberung, dass sich alle 15 Sekunden ein Blizzard um dich drum herum bildet und dir für 6 Sekunden lang folgt. Jetzt könnte man hier natürlich davon ausgehen, dass der Blizzard, der auf diese Art und Weise erschaffen wird, ein ganz normaler Blizzard ist, der wie alle anderen Blizzards im Spiel funktioniert. Tatsächlich handelt es sich hier aber um eine ganz andere, ganz eigene Fähigkeit, die nicht so funktioniert wie der normale Blizzard. Wenn du zum Beispiel den vergletscherten Aspekt spielst, dann müssten theoretisch in dem Blizzard, den du erzeugst, explodierende Eisstacheln auftauchen, die Schaden an den Gegnern verursachen. Das passiert auch bei dem Blizzard, den du durch die aktive Fähigkeit beschwörst, aber bei dem Blizzard, der durch die Verzauberung erschaffen wird, passiert genau das nicht. Den schneewachsenden Aspekt habe ich ehrlich gesagt selber noch gar nicht ausprobiert. Der macht nämlich, dass du so lange, wie du innerhalb deines Blizzards stehst, 10-15% weniger Schaden erleidest. Hier weiß ich natürlich nicht, ob das auf den Blizzard angewendet wird, der durch die Verzauberung erschaffen wird. Dadurch, dass der Effekt des gletschernden Aspektes aber nicht angewendet wird, würde ich hier mal ganz stark darauf wetten, dass der schneewachsende Aspekt auch nicht mit der Verzauberung zusammenarbeitet. Verzauberungen sind also leider keine coole weitere Ergänzung des Fähigkeiten-Kids deines Zauberers, sondern lediglich kleine Nice-to-have-Sachen, die keinen sonderlich großen Impact auf deine Gesamtstärke haben. Nach einer Weile wirst du sie höchstwahrscheinlich nicht einmal mehr mitbekommen und vergessen, dass es sie überhaupt gibt. Das ist insbesondere dann ein kleines Problem, wenn du einen neuen Bild ausprobieren möchtest, denn obwohl die Verzauberungen keine Gang-Changer sind, willst du trotzdem, dass dein Charakter so stark wie nur irgendwie möglich ist und jeden noch so kleinen Vorteil auch wirklich nutzt, den er oder sie bekommt. Egal, wie winzig dieser Vorteil nun wirklich ist. Ich wünsche dir jedenfalls noch ganz viel Spaß weiterhin beim Zocken von Diablo 4. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye, bye!